Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2, Architektenhäuser für unter 500.000 Euro. Genau, die erste Episode kam ja schon sehr gut an, deswegen machen wir jetzt die zweite, wo wir euch jetzt nochmal drei Planungen vorstellen, die vom Architekten frei geplant sind und wenn ihr sie dann mit einer Fertighausfirma umsetzt, wahrscheinlich vom Haus her unter 500.000 Euro landen. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viel macht ihr selber, wie ist die Ausstattung am Ende des Tages, aber wir wollen einfach zeigen, es ist möglich, beim Architekten frei zu planen und unter einem gewissen Budgetrahmen das Ganze dann auch zu realisieren. Und heute hast du ein Haus mitgebracht, ist relativ groß, hat glaube ich über 190 Quadratmeter. Das hat jetzt hier 190 Quadratmeter mit Keller natürlich, also der Keller ist jetzt aufgrund der Hanglage so ein Stück weit auch ausgebaut, wir können uns das hier mal genauer anschauen. Und da wäre es dann jetzt so, das ist natürlich ein relativ großes Haus, man kann schon fast von der Villa sprechen mit der Quadratmeter Anzahl, aber auch das kann man für unter 500.000 Euro bauen, wenn man zum Beispiel sagt, man macht ein paar Leistungen, erbringt man zum Beispiel selbst. Also wer sagt, ich möchte zum Beispiel selber die Malerarbeiten machen oder habe einen Onkel, der ist Fliesenleger. Also auch da hat man die Möglichkeit, relativ großzügig zu bauen und trotzdem unter dem Budget von 500.000 Euro zu bleiben. Kommt natürlich auch hier wieder auf die effektive und effiziente Planung an vom Architekten, dass das alles wirklich idealst gelöst ist. Und hier sehen wir auch wieder sehr einfach gehaltener Baukörper, ohne Schnörkel, ohne Rücksprünge, irgendwas, sondern einfach nur vier Ecken und fertig. Und dann innen spielt sich aber dann sehr viel ab. Genau, das ist das Schöne, die Dynamik ist innen drin im Haus. Also man hat es nach außen hin komplett ausgenutzt, aber trotzdem, das sehen wir nachher, wenn wir auf die Ansichten reingehen, wurde ein bisschen gespielt, zum Beispiel mit der Fassade und mit kleinen Anbauten, die aber jetzt auch nicht die große Welt kosten, muss man sozusagen. Genau, wir starten aber mal beim Keller und hier finde ich es ganz spannend, weil du jetzt gerade das Thema Sparen oder halt das Haus dann ins Budget bringen angesprochen hast und da kann man halt beim Keller schon sehr gut ansetzen. Also einmal den kompletten Kellerausbau, wir haben hier ein komplettes Bad mit drin, einen Wohnraum, noch ein Schlafzimmer. Wenn man das selber ausbaut, also wirklich Bodenbeläge selber macht und so weiter, vielleicht sogar Fußbodenheizung etc., dann, das dann halt wieder mit Handwerkern vor Ort, dann kann es deutlich günstiger werden als über einen Generalunternehmer oder Fertighausanbieter, weil die beim Kellerausbau ja nichts vorbereiten können. Genau, exakt. Da liegen die immer nur, oder die können ja nur das nutzen, was sie halt haben und auf der Baustelle müssen sie da sehr viel machen. Genau, das könnt ihr euch so vorstellen, ihr baut das mit einem Fertighausunternehmen, was deutschlandweit unterwegs ist, trotzdem haben die ja irgendwo eine Zentrale und fahren von da aus los und während halt zum Beispiel ein Trockenbauer bei euch vor Ort, wenn der den Kellerausbau macht, der hat dann fünf Minuten Anfahrt oder zehn und könnte sogar, wenn Material fehlt, mal gerade nochmal zu seinem Händler fahren oder den nächstgelegenen Baumarkt, weil er weiß, wo das ist. Während hingegen Monteure, die dann vielleicht eine Anfahrt von 100 Kilometer haben oder 50 oder 200 oder sogar 500, die müssen das Ganze ein bisschen anders lösen. Und da wäre es dann so, die haben eine lange Anfahrt, da sind die zwei Tage auf der Autobahn, das ist schon mal kalkulatorisch irgendwo berücksichtigt, die brauchen ein Hotel, wo sie übernachten können. Deswegen ist das ein super Punkt, wo man sparen kann, dass man sagt, zumindest beim Kellerausbau, da suche ich mir eine örtliche Firma. Und dann klappt es auch mit den 500.000 Euro oder mit einer Villa für unter 500 Euro oder mit einem Architektenhaus für unter 500.000 Euro. Genau. Dann kann man natürlich noch bei sowas wie der Treppe ansetzen, wenn man jetzt sagt, okay, es ist eine normale Kellertreppe, Beton, dann ist eine Kellertreppe meistens mit so 3.000 Euro, ohne Belag, ohne alles mit dabei. Während, wenn man jetzt hier halt eine Holztreppe haben möchte, ist man schnell auch bei 8.000 oder 9.000 Euro. Also das heißt, hier liegt schon ein ziemlich großer Anteil. Und dadurch kommt es natürlich darauf an, was ihr wollt. Das ist halt die Ausstattung dann am Ende des Tages. Absolut. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, ein bisschen zu tricksen, was man da machen kann. Ich bin auch ein großer Fan von der Betontreppe, auch wegen dem Thema Schallschutz, dass man sich auch mal nachts rausschleichen kann. Oder wenn man zu spät vom Stammtisch heimkommt, dass man die ganze Familie nicht weckt. Man kann ja hingehen, wenn ihr im Erdgeschoss dann Holzdielen habt oder habt einen Fliesenboden, die Betontreppe kann man ja mit dem gleichen Belag dann belegen. Das heißt, man hat auch keinen optischen Bruch, sondern das sieht designmäßig super gut aus, wenn ihr den Boden oben vom Erdgeschoss so runter in den Keller führt und das alles aus einem Guss ist. Also die Betontreppe ist eine super tolle Alternative, eine hohe Qualität zu haben und sogar noch die Kosten zu senken, die man vielleicht in was anderes investieren könnte. Oder man spart. Oder man spart es am Ende, genau. Hier nochmal Erdgeschoss. Das ist wirklich, wie gesagt, sehr klassisch gehalten, aber trotzdem schöne große Fenster, Hebeschiebeelement. Hier kommt es natürlich auch wieder drauf an, dann bestes Preis-Leistungs-Verhältnis hat eigentlich eine Festverglasung mit dann einer kleinen Terrassentür, ist sicherlich 3, 4, teilweise 5000 Euro günstiger als eine Hebeschiebetür mit gleicher Glasfläche dann am Ende. Also auch hier kann man wieder wirklich ansetzen zu sagen, okay, ich möchte hier ein schönes, großes Glaselement haben, aber muss es dann die Hebeschiebetür sein? Oder wenn man sagt, ich will es unbedingt in einem gewissen Budget darstellen, dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten, diesen optischen Effekt trotzdem zu haben, aber eben günstiger. Genau, und hier ist noch ein ganz wichtiger Punkt, besprecht das auf jeden Fall mit eurem Architekten, der euch das Haus plant. Später, wenn ihr jetzt ein Kataloghaus hättet, dann ist er wieder nicht nachvollziehbar oder nicht so gut nachvollziehbar. Was ist eigentlich Standard und was gehört dazu? Und wenn jetzt im Standardgrund ist, dann eine Schiebetür zwar dabei ist und ihr sagt, wir wollen jetzt zum Beispiel eine Festverglasung und eine Flügeltür, um Kosten zu sparen, dann heißt das, ja, kann man bei der Bemusterung gerne machen und ihr schreibt erstmal den Vertrag und dann später heißt es, ja, die Gutschrift sind 2000 Euro. Ja. Obwohl, wenn jetzt vorher in dem Standardgrund ist eine Festverglasung und eine Tür drin wäre und ihr wolltet eine Schiebetür haben, dann wäre es ein Mehrpreis von 6000 Euro. Versteht ihr? Also es geht immer darum, wie wird es gerechnet? Deswegen, und da merkt man schon, da hat man schon die Kosten für den Architekten eigentlich rausgeholt, besprecht es direkt am Anfang mit dem Fachmann, lasst euch das so planen, wie es sein müsste, weil auch die Hausbaufirma braucht ja später einen Architekten, der den Plan unterschreibt und die Baugenehmigung bekommt, weil ein Nicht-Architekt darf den überhaupt nicht einreichen, den Plan. Deswegen könnt ihr den Schritt gerne vorziehen, das direkt richtig machen und alle Dinge und Ansprüche, die ihr an die Ausstattung habt, soll der Architekt dann direkt mit einfließen lassen. Und das gibt euch außerdem dann auch die gute Chance, wenn ihr später sagt, okay, wir haben jetzt von dem Architekten mal einen Plan erstellen lassen, wir suchen jetzt mal verschiedene Hausanbieter, dann findet ihr auch schon schnell raus, ob vielleicht manche gar nicht so eine große Schiebetür einbauen können, weil die von der Statik nicht so eine gute Wand haben. Also die kriegen das vielleicht statisch nicht abgebildet, dass dann eine Schiebetür mit dreifach Verglasung, die dann so und so viele 100 Kilo wiegt, dass man die über so eine große Öffnung schieben könnte und sagen dann, das geht gar nicht, wir können nur mit einer Doppelflügeltür dann bauen oder mit einer Festverglasung. Und dann wisst ihr schon, okay, dann ist das nicht meine richtige Firma. Das könnt ihr aber immer erst rausfinden, wenn der Plan erst mal steht. Genau, richtig. Gut, dann schauen wir uns das Obergeschoss an. Auch hier schlicht gehalten. Zwei Kinderzimmer mit einer guten Größe, finde ich. Auch gleich groß. Auch gleich groß, knapp 12,5 Quadratmeter. Völlig in Ordnung. Man muss es ja auch nicht übertreiben und immer 17 oder 20 Quadratmeter machen. Ich bin eigentlich immer ein Fan, das ein bisschen kleiner zu halten. Es gibt auch verschiedene Meinungen da. Ich bin ein Fan von großen Kinderzimmern. Glaube ich dir. Dann hat man das zum Spielen, hat man selbst mehr Ruhe. Auch das. Nee, aber ich finde es auch gut gemacht. Auch hier mit so einer wirklichen Isolation zu dem Elterntrakt dann sozusagen. Also ich finde es sehr gut gemacht. Absolut. Ist eine schöne Planung. Auch sehr schön, wenn wir hier noch kurz drauf eingehen können. Also auch hier wieder, man kann vom Schlafzimmer in die Ankleide reingehen, kann sich da seine Klamotten besorgen und geht dann weiter ins Bad. Wenn man sich ein Bad frisch gemacht hat und angezogen hat, kann man anschließend auf der anderen Seite wieder raus und muss den Partner, der drüben im Schlafzimmer vielleicht mal länger schlafen darf, dann nicht unbedingt wecken, sondern der findet dann seine verdiente Ruhe. Und so ist das wirklich wie in einem Rundlauf oder in einem Zirkel gelöst und finde ich ideals gemacht. Würde ich, wenn es denn das Baufenster und das Budget hergibt, vermutlich auch so machen. Ja. Jetzt muss man halt sagen, diese Tür muss dann halt auch immer abgeschlossen werden, wenn man eine gewisse Privatsphäre möchte. Also man hat dann halt ein bisschen mehr zu tun. Genau. Aber es ist natürlich schon schön, diesen Komfort dann halt zu haben. Genau. Wobei man die Privatsphäre hätte, weil ich denke, die Kinder werden dann ja auch lernen, dass sie ihr eigenes Kinderbad nutzen können. Genau. Die haben ja hier nochmal, das ist auch ein schöner Faktor, finde ich. Könnte man auch wieder überlegen, brauchen wir dieses Kinderbad oder nicht? Wäre natürlich auch wieder ein Faktor, schnell 10.000 Euro dann günstiger zu fahren, wenn man sagt, nö, dieses Bad ist eigentlich groß genug, auch mit Doppelwaschtisch, der da gut hinpasst. Gerade wenn die Kinder schon ein gewisses Alter haben und maximal noch 10 Jahre im Haus wohnen sollten, weil es danach dann irgendwo in die Ausbildung, in die erste eigene Wohnung oder zum Studieren in eine andere Stadt geht. Also es hängt immer vom Einzelfall ab und auch deswegen, weil es immer vom Einzelfall abhängt, muss man auch immer im Einzelfall planen und soll nicht immer ein Standardkataloghaus einfach nehmen. Genau. So, dann hast du vorher schon angesprochen, auch von außen ist es durchaus attraktiv. Auch hier kann man sich wieder überlegen, so eine Holzverschalung für ein komplettes Geschoss ist schon relativ teuer. Wir sehen es hier, wird es auch weitergeführt unter, also in diesem Kniestockbereich. Das ist natürlich was, wo man schnell 20.000, 25.000 Euro wieder für bezahlt. Alternative wäre natürlich noch, einfach einen farbigen Putz, einen farbigen Anstrich für die Fassade zu nehmen, was deutlich günstiger wäre, aber das muss man sich halt einfach überlegen. Genau. Und hängt natürlich auch von den Hölzern ab, die ihr bemustern werdet. Und es kann zum Beispiel auch sein, ich finde es auch gar nicht schlecht, dass jetzt die Bauern hier hingegangen sind und haben eine komplette Holzfassade genommen. Dann könnte es auch schnell monoton aussehen. Hier finde ich eigentlich schön, dass ein bisschen damit gespielt wurde, dass man einmal Holzfassade hat und einmal Putzfassade. Und man sieht dann mit dem Anbau, mit der Garage und auch mit der farbigen Haustür, dass man dann auch mal Akzente setzt, und das Haus insgesamt eine sehr schöne Präsenz darstellt. Und einfach eine Wärme ausstrahlt und man sieht da ist ein bisschen Dynamik drin, ein bisschen Spiel. Es ist nicht langweilig, egal von welcher Seite man schaut. Und finde ich super spannend gelöst und besser als wenn es nur die Holzfassade wäre, die komplett auch dann sehr teuer wäre. Sondern ich hatte einfach mal ein bisschen gespielt und bin ein großer Fan von. Absolut. Jetzt könnte man sich hier überlegen, dieses Dach, dieses Dach von Garage zu, Hauseingang. Ob man das dann auch wieder weglässt, das kommt immer drauf an, weil wir haben jetzt hier auch den direkten Zugang von Garage oder Kaper zum Haus. Also ich müsste ja jetzt theoretisch nicht außenrum gehen. Wird keiner mehr machen, wahrscheinlich erfahrungslos. Genau, deswegen ist halt auch die Frage, brauche ich hier dieses wirklich sehr lange Vordach, was mich auch wieder zwischen 5.000 und 8.000 Euro wahrscheinlich kostet, oder mache ich hier einfach ein kleines Vordach für Gäste, die halt so kommen und jetzt nicht im Regen stehen wollen, werden sie hier warten. Aber für einen selber braucht man es wahrscheinlich jetzt eher nicht. Das ist so. Nie sparen würde ich aber das Dach hier hinten. Und wir sehen das hier in der Ansicht auch nochmal. Finde ich ganz gut. Wo war es jetzt? Hier. Weil wir haben hier einfach schon auch eine große Fensterfront, die im Sommer, wenn das Haus nach Süden ausgerichtet ist, schnell warm werden. Genau, da wird es halt sehr schnell warm. Und deswegen ist so ein Vordach, so eine Terrassenüberdachung, auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und die würde ich auch nicht sparen. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Und wie gesagt, ist ein konstruktiver Hitzeschutz, den man damit eingebaut hat. Trotzdem soll man auch dann nicht auf Schalosien oder Rollläden verzichten, weil auch wenn die Sonne später untergeht und ein bisschen tiefer steht, kommt es ja trotzdem an die Scheiben ran. Aber auch das lockert die ganze Architektur nochmal ein bisschen auf. Und die würde ich, glaube ich, auch drin lassen. Wichtig ist aber, glaube ich, die größte Erkenntnis bei diesem großen Haus, was wir euch jetzt gezeigt haben mit den 190 Quadratmetern, dass wir jetzt, wenn wir mal alles zusammen addieren, ihr schon die Möglichkeit habt, den Hauspreis um bis zu 50.000 Euro zu steuern. Wenn man alles zusammenrechnen würde und sagt, okay, in welche Richtung soll es gehen? Also das Haus könnte dann jetzt genauso gut 450.000 oder 460.000 Euro kosten. Ihr könnt es aber auch auf die Spitze treiben und komplett in Holz einkleiden zum Beispiel. Dann könnte es auch 550 vielleicht kosten. Also ihr seht, wenn ihr ziemlich genau wisst, was ihr möchtet oder wollt das auch herausfinden, ist das immer ein Prozess mit seinem Architekten. Und man kann dann einfach ein bisschen spielen und gucken, wie lösen wir das für uns am besten. Genau. Und das Schöne ist, man ist ja jetzt überhaupt nicht auf eine Qualität eingegangen, sondern nur rein optische und oberflächliche Dinge wie Betontreppe etc. Und vielleicht manche Dinge weglassen, wie jetzt so eine Holzverschalung, was ja wirklich nur ein optischer Faktor ist, aber jetzt überhaupt nicht eine schlechtere Qualität vom Haus gewählt, um es günstiger zu machen. Und das ist eigentlich immer das, was wir ja wollen und gut finden. Genau. Und das Spannende ist ja, wenn man dann mal so einen Grundriss hat entwickeln lassen vom Architekten, kann man sich dann ja Angebote einholen und kann dann ja danach den Filter der Qualität dann aufsetzen. Also wer hat den besten Wandaufbau, wer hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wer hat den fairesten Vertrag, wo laufen die Baustellen wirklich gut und all diese Dinge und Kriterien, die ja dann für den Hausbau dann wirklich entscheidend sind, wie es dann später losgeht oder wie es dann später laufen würde. Genau. So, dann kommen wir zur Hausplanung Nummer 5. Architektenhaus unter 500.000 Euro, sehr wahrscheinlich. Noch eine kurze Zwischeninfo dazu. Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben oder dieses Video jetzt erst entdeckt hatten, wir hatten schon mal einen Teil 1 gemacht. Der sollte eigentlich, da wollten wir euch dann 5 oder 6 Grundrisse präsentieren oder Architektenhäuser, die unter 500.000 Euro liegen. Haben dann aber so viele Details gefunden und Sachen besprochen, die auch wirklich spannend waren und euch bestimmt auch weiterbringen. Dass uns die Zeit weggelaufen ist. Dass uns die Zeit weggelaufen ist und deswegen machen wir jetzt Teil 2. Also im ersten Video hatten wir schon 3 Stück. Gerade eben haben wir 4 besprochen und jetzt kommt Grundrisse oder Architektenhaus für unter 500.000 Euro und Nummer 5. Ganz genau. Und hier haben wir auch ein klassisches Einfamilienhaus. Gerade Baukörper ohne Schnickschnack und das Ganze mit Satteldach. Und wir kommen hier gesamt auf eine Wohnfläche von dann mit Erdgeschoss und Dachgeschoss. So circa 138, 140 Quadratmeter. Was schon wirklich kompakt ist. Zumal auch der Technikraum, auch nicht zu klein geplant mit 10 Quadratmetern, hier gut im Erdgeschoss sogar schon mit drin ist. Also es ist wirklich eine super kompakte Planung. Hier unten haben wir halt klassische Aufteilung. Trotzdem groß genug, ja. Genau, weil das ja oft so ist. Bei klassischen Kataloghäusern wird dann immer versucht, euch die schönen Räume möglichst groß zu zeigen. Und das heißt, der Technikraum wird immer kleiner und kompakter gemacht. Aber in Wirklichkeit ist er dann meistens so gar nicht baubar. Weil man aufgrund der technischen Weiterentwicklung eben nicht mehr eine kleine Gasbrennwertanlage im Technikraum drinsteht. Und heute hat man eine Luftwärmepumpe, vielleicht noch ein Kühlsystem, manchmal noch eine Lüftungsanlage. Also es gibt einen Speicher, der noch mit dabei ist. Und man braucht ja auch nicht nur, man hat ja nicht die Größe der Geräte und kann die einfach so da reinstellen, sondern man braucht ja um die Geräte herum auch Arbeitsräume oder Arbeitsfläche, damit die Monteure die Gerätschaften auch gut montieren können und an der Wand befestigen können. Also man kann auch nicht so ein Ding einfach mitten in den Raum reinstellen. Sondern da gibt es ja auch so Themen wie Schallschutz zum Beispiel, damit sich ein Vipier nicht in den Rest des Hauses überträgt. Also das spielt alles eine Rolle. Und deswegen ist das ganz wichtig, redet mit eurem Architekten, wenn ihr euch ein Haus planen lasst, auf jeden Fall über das Thema Technikraum. Und wie groß der im Idealfall sein sollte. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Tipp. Also auf jeden Fall 10 Quadratmeter würde ich mindestens ansetzen. Ich finde auch, der Technikraum ist wirklich ein sehr, sehr unterschätzter Raum. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Verlinken wir hier irgendwo. Und es ist so, dass auch perspektivisch, ihr immer flexibler seid, je größer der Technikraum ist. Weil es kommen ja immer mehr Dinge dazu. Dann braucht man einen Smart Home Server. Dann hat man den PV-Speicher, den man noch erweitert. Dann will man vielleicht irgendwann mal eine Entkalkungsanlage noch mit reinmachen. Also es wird auch in Zukunft so viele Dinge geben. Vielleicht mal eine Brennstoffzelle. Vielleicht machen wir jetzt alle bald Windkrafträder aufs Dach. Da brauchen wir auch wieder dafür dann einen Wechselrichter oder irgendwie sowas. Also von dem her, Technik wird ja eher nicht weniger. Genau. Ihr könnt es im Grunde sehen, wie mit einem Mobiltelefon oder mit eurem Handy. Der Speicherplatz wird immer wichtiger, weil die Dinge immer mehr können und auch mehr leisten müssen. Inzwischen ist das so. Also früher hat man so einen großen Computer gehabt. Das steckt inzwischen alles in so einem kleinen Ding drin. Und das kostet natürlich extrem viel Daten und Speicherplatz. Und so ist das im Haus eigentlich auch. Also der Speicherplatz ist eigentlich der Technikraum und der ist entscheidend. Und da solltet ihr möglichst viel haben, um einfach für die Zukunft gerüstet zu sein und flexibel zu sein. Oder stellt euch vor, wir hatten das jetzt mit der Gaskrise, dass die Preise so gestiegen sind. Wenn ihr jetzt nur einen ganz kleinen Technikraum hättet, wo dann eben eine kleine Gasbrennwertanlage drin war und die Preise sind gestiegen, und ihr habt euch überlegt, wir möchten jetzt doch lieber eine Wärmepumpe einbauen, auch weil es ein bisschen ökologischer und nachhaltiger ist. Und ihr habt überhaupt keinen Platz, die einzubauen. Dann seid ihr an diesen fossilen Träger praktisch verhaftet oder daran gebunden und könnt noch nicht mal wechseln, obwohl ihr wollt, weil ihr einfach den Technikraum viel zu klein geplant habt. Aber wir reden heute nicht über Technikräume für unter 500.000 Euro. Aber ist bei der Planung auch wichtig. Und das ist ja so dieser nicht so schöne Aspekt der Architektenplanung, dass auch solche Räume, die eine absolute Funktion erfüllen, clever und gut geplant werden. Absolut. Und eben nicht zu klein und nicht beachtet, weil interessiert ja erstmal keinen. Genau. Ich finde es auch mega smart vom Architekten, dass er das hier gelöst hat, wie man es dann auch im Ernstfall immer machen würde. Man hätte ja sogar noch die Möglichkeit, die Garage hat er geschickterweise direkt ans Haus gestellt, also auch da besteht noch die Möglichkeit, da einen beheizten Raum rauszumachen. Dass wenn auch noch Technik, die noch später mal im Haus verbaut werden soll, im Technikraum keinen Platz finden könnte, man eben vielleicht dann noch einen Fahrradplatz innen drin opfern würde sozusagen und hätte da dann auch noch Platz, vielleicht nochmal irgendwie technisch was nachzurüsten. Also auch das ist hier in dem Fall schon gegeben, wenn es natürlich auch sehr aufwendig ist. Keine Frage. Und natürlich auch mit Abstandsflächen und so was. Absolut. Das spielt alles eine Rolle, aber es wurde schon mal grundsätzlich berücksichtigt und das finde ich hier in dem Fall sehr gut, aber jetzt sprechen wir da mal über den Grundriss an sich. Genau. Was man bei dem Grundriss finde ich sehr gut sieht, ist dieser wirkliche Vorteil von einem Architektenhaus. Weil wenn ihr hier reinkommt, ihr müsst euch das mal vorstellen, hier habt ihr jetzt einen schönen großen Flur, wo man nicht einfach nur einen sehr kleinen Raum hat oder dann direkt im Wohnzimmer steht und man hat halt diese direkte Sichtachse dann wieder nach draußen. Und das ist schon was, was ganz anders wirkt wie eine Planung, die jetzt da eben nicht so gut passt und hier eben keine so Sichtachse hat. Hier ist auch nochmal so ein Glasseitenteil für diese Tür hier, wahrscheinlich auch als Glastür dann geplant. Und dann hat man hier wirklich so ein sehr schönes, offenes Raumgefühl. Absolut. Und diese Sicht- und Lichtachsen sorgen auch dafür und die entscheiden eigentlich im Grunde mit, ob ihr euch später in eurem zukünftigen Zuhause auch wohlfühlen wird. Also ist es nur ein Gebäude oder ist es wirklich ein Zuhause? Man kennt das, man betritt irgendwelche Häuser, manche wirken dann irgendwie kühl oder beklemmend, wenn man reinkommt oder da fehlt irgendwie eine Wärme, obwohl sie gerade neu gebaut wurden und vielleicht auch mit den besten Materialien. Und dann gibt es wieder Häuser, das sind manchmal Hütten, die sind 30 Jahre alt oder so, mal ganz salopp ausgedrückt, dann kommt man rein, man fühlt sich trotzdem irgendwie wohl und alles ist irgendwie stimmig. Und das ist genau der Grund, weil sich die Architekten mit Dingen beschäftigen, die man vielleicht erst mal nicht auf dem Schirm hat. Und das sind dann eben nicht nur Licht- und Sichtachsen, wie man das hier hat, sondern es gibt ja auch die Grundstücksbegebenheiten, die Nachbarbebauung. Also auch das spielt alles eine Rolle. Wie sind die Schattenwürfe von Häusern, die nebenan sind? Also es gibt unglaublich viele Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Ja, und das Schöne ist, und das finde ich, sieht man hier genau, es muss kein aufwendiger Baukörper sein, dafür, dass man hier so was Schönes, Gradliniges hinbekommen kann. Was sich nachher super gut anfühlt. Genau, dann schauen wir mal hoch. Man könnte sagen, wenn wir das Thema Speicherplatz aufnehmen, im Vergleich zum Handy hatte ich ein iPhone geplant. Ist so. Oh, die Kommentare. Obwohl natürlich das Google-Android-System natürlich technisch viel besser ist. Viel besser. So, dann oben, hier haben wir auch wieder eine platzsparende Podesttreppe an der Stelle, was den Flur hier oben auch sehr klein hält. Ich mache es vielleicht mal ein bisschen größer, dann könnt ihr es ein bisschen mehr sehen. So knapp sechs Quadratmeter. Arg viel kleiner bekommt man den Flur oben gar nicht. Also ich habe mittlerweile ja sehr viele Grundrisse gesehen. Also fünf Quadratmeter ist schon so das aller, aller kleinste, weil du willst ja dann schon auch noch dich irgendwie bewegen können und nicht gleich in die Zimmer reinfallen. Genau, man muss ja irgendwie die anderen Räume noch erschließen können. Die Möglichkeit muss gegeben sein und es muss ja auch möglich sein, mal mit einem Wäschekorben oder auch mal mit Möbelstücken oder so, auch mal in die anderen Zimmer reinzukommen. Ja, und das wäre hier noch der Fall. Kleiner dürfte es wirklich nicht sein. Genau. Hier auch wieder schön gelöst, die Belichtung der Treppe mit einem natürlichen, mit natürlichem Licht über das Fenster. Und dann haben wir hier ein Kinderzimmer. Ein Punkt, sorry für ein Sportfallen. Auch das ist wieder eine Möglichkeit, logischerweise auch wieder das Budget des Hauses zu steuern. Ihr könnt natürlich sagen, für uns soll der Flur sein wie eine große Empfangshalle und ich hätte den am liebsten noch weiter durchgezogen und auch noch vielleicht ein Dachflächenfenster, damit noch mehr Licht reinkommt, weil wir dann auch mit einer Stähle und einem schönen Kunstobjekt arbeiten möchten. Also es gibt die Bauherrn, es gibt auch beiden, die sagen, nee, uns ist das wichtig, dass es super effizient geplant ist, dass wir die Kosten über dieses Tool steuern können oder über das Tool der Planung steuern können und dann sagt man eben, okay, ich schau mal, dass der Flur nicht größer als sechs Quadratmeter wird. Also die Möglichkeit hättet ihr, wenn ihr mit einem Architekten... Genau, weil wir sprechen ja gerade Architektenhäuser für unter 500.000 Euro und da muss man halt irgendwo auch an der Hausgröße dann erstmal ansetzen und eben effizient und platzsparend planen. Und das ist genau hier der Fall. Genau, ich finde es auch hier, wie du es gerade angesprochen hast, hier hätte man wirklich Platz für Kunst, dass man hier einfach schöne Bilder aufhängen kann. Bisschen mit Beleuchten noch arbeitet. Man sieht auch hier, selbst wenn die Aufgabe für den Architekten ist, ein echtes Architektenhaus für 500.000 Euro zu planen, heißt das nicht, dass man ausschließlich verzichten muss oder irgendwelche Kompromisse eingeht, sondern auch dann gibt es sehr, sehr schöne Lösungen, wie er das gemacht hat. Wie gesagt, mit dem Licht über der Treppe, dass man da ein großes Fenster eingebaut und auch noch die Möglichkeit eingeräumt hat, den Flur künstlerisch zu gestalten. Genau. Na, dann haben wir jetzt hier ein Kinderzimmer und ein Schlafzimmer. Allerdings haben wir jetzt hier auch noch die Möglichkeit, ein Büro unterzubringen, was ich auch gut finde. Wenn das jetzt nicht gebraucht wird und man hätte ein zweites Kind, dann gäbe es hier sicherlich auch noch die Möglichkeit, das hier so ein ganz klein bisschen noch größer zu machen, auch hier unten vielleicht noch ein bisschen zu schieben. Dieses Zimmer vielleicht dann doch noch mal so auf 11,5, 12 Quadratmeter zu bringen, wodurch es dann schon als Kinderzimmer auch nutzbar ist. Natürlich nicht so groß wie das hier dann, das ist ganz klar, aber an sich ist der Platz ja erst mal da. Genau. Also man könnte zum Beispiel, das wäre, wobei ich ein paar Planungen schon begleiten durfte, man könnte jetzt hier, die Wand, die jetzt hier seht, wo die Maus gerade herfährt, man könnte das also hier runterschieben, würde den Schrank dann davor stellen, rutscht hiermit insgesamt runter, kann dann vielleicht die Badewanne anders stellen und dadurch den Raum, wie der Flur, das ist es schön gesagt, da komplett hier rüberziehen. Und dadurch gewinnt man automatisch mehr Fläche und hat dann zwei ähnlich große Kinderzimmer. Genau. Und nur falls das jetzt ein Thema wäre, zu sagen, wir haben jetzt aber zwei Kinder, dann gäbe es hier natürlich schon noch die Möglichkeit, wenn man aber sagt, es bleibt bei einem Kind und man braucht halt ein Büro, dann sind auch diese knapp elf Quadratmeter für ein Büro völlig in Ordnung und ich glaube, dann auch wirklich gut, gut platziert an der Stelle. Dann können wir uns noch den Schnitt haben wir uns schon angeschaut. Genau, also von außen ganz klassisches Einfamilienhaus, normale Dachneigung, normaler Dachüberstand, alles wirklich normal. Genau. Aber man merkt, das Haus lebt von diesen inneren Werten. Genau. Strahlt aber auch ein bisschen auf die Fassade aus, also man sieht, dass die Fenster jetzt nicht exakt symmetrisch geplant wurden. Ja. Und auch das ist wieder ein schöner Punkt, wo ihr wieder ein Mitspracherecht habt, sozusagen, wenn ihr den Architekten selbst beauftragt, anstatt jetzt ein Standardhaus irgendwo zu nehmen, ihr könnt es selber entscheiden. Wollt ihr diese Dynamik haben, dass man also die Fassade erlebt und sieht, da passiert irgendwas Spannendes und interessant, wie wird das Haus von innen aussehen, ist die erste Frage, die ich mir da stellen würde. Während 50 Prozent aller anderen Bauern sagen, also ich hätte lieber eine Symmetrie. Und ich glaube, da ist dann das Spannende, dass man das mit dem Architekten dann nach den persönlichen Präferenzen selbst lösen kann. Genau. Absolut. Ja, also auch eine wirklich schöne Planung, die auf jeden Fall unter 500.000 Euro liegen wird, weil sie einfach auch nur knapp 140 Quadratmeter Wohnfläche hat. Aber wirklich super genutzt, schönes, helles Haus, guter Stauraum auch, mitgeplant. Und echtes Architektenhaus. Und dann kann man danach losgehen, kann sich noch eine Hausbaufirma suchen. Im besten Fall kriegt man da noch eine Festbeißgarantie, hat kurze Bauzeit, spar dadurch wieder Miete zahlen und muss vielleicht auch nicht so viel Geld für Bereitstellungszinsen zahlen, weil man eben die Beträge schneller abrufen kann. Genau. So, kommen wir zur Planung Nummer 6. Architektenhaus. Und da sehen wir jetzt schon mehr Verspieltheit, würde ich jetzt mal sagen. Da wurde viel mit Erkern gemacht, mit Rücksprüngen, damit man dann auch eine Eingangsüberdachung hat. Und ganz grundlegend die Basisdaten, 170 Quadratmeter Wohnfläche, ein Sitzfenster ist hier drin, zwei Kinderzimmer, zwei Bäder und dann eben auch mit Keller, wo dann auch noch mal ein bisschen Wohnfläche mit eingeplant ist. Wenn man die abzieht, ist man wahrscheinlich dann eher so bei 150 Quadratmetern. In der Größenordnung, ja. Wenn du gerade mal kurz nach oben scrollst, ein schöner Hinweis hier zum Thema Dachüberstand. Oh ja. Auch über den Dachüberstand kann man nämlich den Preis steuern. Auch da ist es wieder 50-50. Die einen Leute finden schön, wenn gar kein Dachüberstand da ist. Die anderen finden es gerade wichtig, dass er da ist, um auch ein bisschen die Fassade zu schützen für den Fall, dass euch das wichtig ist, dass ihr einen kurzen Dachüberstand habt oder ihr dieses Tool nutzen möchtet, um den Preis zu steuern, könnt ihr eurem Architekten oder den Auftrag geben. Dann plant bitte ohne kurzen Dachüberstand, aber hilft mir dabei, eine Firma zu finden, die eine hohe Ausführungsqualität hat, damit man keine Probleme mit der Fassade bekommt. Ja, da hängt so viel vom Putz ab, der nachher auf der Fassade ist. Und da geht es eben vom billigen Kunstharzputz zu einem wirklich hochwertigen Silikonharzputz oder mit Anstrich und so weiter. Also da kommt es dann wirklich sehr drauf an, wenn ihr einen kurzen Dachüberstand wählt, nehmt eine Firma, die wirklich einen guten Außenputz drauf macht. Weil sonst habt ihr da wirklich sehr früh wieder Ärger und müsst wieder Geld in die Hand nehmen. Also hier sehen wir auch schon, was ich damit meine. Hier ein Ärger für dieses Büro. Das finde ich sehr gut gelöst, ehrlich gesagt, weil das hätte sonst halt wirklich nicht mehr reingepasst. Und bringt dann auch gleich für die Gelegenheit am Eingang mit, da wieder eine schöne Nische zu schaffen. Ja, ganz genau. Also finde ich sehr, sehr gut gelöst. Und auch hier dann nochmal mit diesem Sitzfenster, das nach außen dann auskragt. Also das gefällt mir zwar optisch immer nicht so von außen quasi, aber es ist ja eine gute Lösung, weil es innen natürlich mehr Raum schafft. Absolut. Und genauso hat er das ja auch, wenn wir nochmal gerade zurückgehen zum Thema Büro. Jetzt hat er unten den Baukörper ein bisschen rausgezogen, der Architekt oder die Architektin. Und dadurch ja im Flur wieder eine Nische geschaffen, dass man da gerade reinkommt. Und ihr seht jetzt da einen Rücksprung, wo man dann einen Einbauschrank mit eingebaut hat. Und hat so einen super klar definierten aufgeräumten Flur. Also finde ich sensationell gemacht. Also hat nicht nur an die eine Sache gedacht, sondern gleich noch was anderes noch mitgenommen. Also zwei Schritte weiter gedacht. Finde ich auch super. Auch wie die Treppe platziert ist, wie das Gäste-WC platziert ist. Weil der Schmutzbereich endet ja hier im Endeffekt. Weil hier ist schon Garderobe, vielleicht noch eine kleine Sitzbank, Schuhe anziehen und so weiter. Und dann alles, wenn es im Winter nass ist, spielt sich hier ab und bleibt aber auch hier. Und dann bin ich egal, ob ich jetzt von oben dann in den S-Bereich will, ob ich vom S-Bereich hier mal in den WC-Bereich will, bleibe ich trocken. Das ist immer schon mal super, wie wenn die Treppe jetzt hier direkt dann rumführen würde oder das Gäste-WC jetzt hier wäre und ich muss wirklich immer durch diesen Bereich dadurch. Finde ich auch einen super wichtigen Part, der in ganz, ganz wenigen Kataloghäusern gut gelöst ist. Kriegst du nur mit dem Architekten hin und da hat er sogar nochmal einen draufgesetzt. Da haben wir schon drei Punkte oder drei Schritte, die er weiterdenkt. Weil das Treppenhaus trotzdem jetzt noch immer noch kompakt ist und nicht so viel Licht hat. Er hat natürlich einmal noch ein Fenster bei der Treppe mit eingeplant. Sieht man jetzt hier diese Wand hier, das ist eine Glasfassade oder eine Glaswand. Das heißt, die Treppe öffnet sich in den Raum rein. Es ist also nicht ein geschlossener Körper und die Treppe ist komplett eingepackt und man hat dann eine gefühlte Flurbreite von einem Meter, sondern die komplette Treppe wird wie so ein Kunstwerk, wäre jetzt übertrieben gesagt, aber als Gestaltungselement mit in den Raum mit einbezogen und das macht wieder einen ganz großzügigen, hellen, offenen Raum, weil die Treppe offen ist inzwischen in den Stufen und auch wie das Licht durchkommen kann. Also finde ich auch super smart gelöst. Finde ich auch gut. Mir gefällt es auch, dass die Küche auch so ein Stück weit wie abgetrennt wirkt, obwohl sie ja trotzdem offen ist und auch hier durch dieses L hier noch ist natürlich jetzt noch nicht vom Architekten geplant, weil das macht er ja nachher mit dem Küchenplaner dann am Ende. Aber schon mal angedacht. Genau, schon mal angedacht, dass man hier trotzdem so ein bisschen abgeschiedener Platz hat als jetzt der Gesamtwohnbereich dann sozusagen. Absolut. Also finde ich wirklich auch gut. Es ist offen, aber trotzdem gegliedert. Also man sieht auch, jeder Raum hat eine eigene Funktion. Die Funktion ist ihm zugeordnet, da wird auch ein Zweck erfüllt und trotzdem ist es kommunikativ und verbunden, aber eben nicht plump alles in einen Raum reingeschmissen. Genau. So, dann haben wir noch. Können wir noch einmal gerade zurückgehen? Wir können einmal noch zurückgehen. Weil ich bin ein Riesenfenster von dem Sitzfenster. Ich weiß, du magst es nicht so, aber auch da sieht man wieder, wie wichtig ist es, dass man das Ganze mit einem Architektenplan, das auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt wird. Natürlich ist die Wahrheit, man wird vielleicht, wenn man das hat, dann einmal die Woche da sitzen und hat vielleicht meistens noch einen Partner oder eine Partnerin, die dann vielleicht noch parallel da hinten Fernsehen schauen möchte oder einfach mal ein Gespräch führt. Also man wird nicht so oft da mit der Tasse T sitzen und verträumt in sein Buch gucken oder so, aber trotzdem hat man die Möglichkeit zumindest und ich finde es einfach klasse, sich da so eine kleine Rückzugsmöglichkeit geschaffen zu haben, ohne dass man sich von der Familie abgrenzt oder in einen anderen Raum gehen müsste, sondern man ist Teil des Ganzen und kann praktisch mit den anderen kommunizieren. Man ist da, kann aber trotzdem eine Rückzugsecke und ist einfach Teil des Ganzen und blickt dann raus ein bisschen ins Grüne. Ja, absolut. Wenn man natürlich wieder über Kosten sprechen, muss man sagen, dass dieses nach außen kragende Sitzfenster schon relativ teuer ist. Also wenn ihr jetzt hier einfach nur Festverglasung machen würdet und da vorne Bank stellt oder halt einen schönen Sessel oder sowas, kann man dann auch sich schön machen, dann sind wir da schnell bei 3.000 bis 5.000 Euro, die das Ganze am Ende günstiger ist und die haben einen ähnlichen Effekt, ich sage mal 80 Prozent davon. Genau, okay. Und das kann man sich natürlich überlegen, wie man möchte. Genau. Und deswegen auch hier wieder wichtig, ihr könnt dem Architekten ja auch einfach die Aufgabe geben und sagen, okay, wir haben verschiedene Dinge, die uns wichtig sind. Unser Budget ist das und das und bitte löst das dafür idealst. Ja. Und dann kann man ja auch, man muss ja nicht sagen, Architekt zeichnet jetzt einen Plan, dann ist das so, sondern es ist ja so, der wird sich ja, der macht ja erstmal eine Grundlagenermittlung mit euch und dann können die auch gewisse Schwerpunkte setzen. Also wenn ihr sagt, wir wollen mal gerne am Fenster sitzen, rausgucken, könnt ihr dann immer noch entscheiden, ob ihr vielleicht lieber die 80-Prozent-Lösung für euch plant oder die 100-Prozent-Lösung oder die Lösung, die ein bisschen günstiger ist oder die, die ein bisschen mehr kostet. Also ihr seid immer der Kapitän eures Schiffs und könnt dem Architekten sagen, in welche Richtung es gehen soll und er zeigt euch die verschiedenen Möglichkeiten auf, hat natürlich bestimmt auch selbst sehr gute Ideen und sagt, in die Richtung soll es gehen und man sollte auch oft dem Fachmann auch vertrauen und folgen, weil er es einfach schon tausendmal geübt hat und wahrscheinlich auch vorher sieben Jahre studiert oder wie lange braucht man, bis man Architekt ist. Also die haben schon eine Daseinsberechtigung, deswegen sollte man im Zweifelsfall dann vielleicht eher dem Architekten folgen, trotzdem aber auch nie gegen sein Bauchgefühl entscheiden und ihr könnt einfach über diesen Weg könnt ihr einfach mitentscheiden, wie euer Grundriss später aussehen soll. Genau und man merkt ja, Geschmäcker sind verschieden und dem einen ist vielleicht was anderes wichtig und deswegen ist immer wichtig, dass der Architekt das dann auch abbildet. Aber vielleicht noch ganz kurz, dieses Element hier, egal ob als Sitzfenster oder wirklich als normales Fensterelement, ist super wichtig, weil wir haben auf der anderen Seite gar kein Fenster, weil hier dann die Garage das nicht anders möglich macht. Das heißt, hier ein großes Element zu planen ist super, super wichtig und das ist auch was, was man in einem Kataloghaus, wo jetzt hier vielleicht erstmal im Standard ein Fenster geplant wäre, es funktioniert auf dem Grundstück aber nicht anders mit der Garage, dann steht man schon wieder da und muss dieses Fenster hier sehr groß machen, wofür dann wieder sehr viel Mehrkosten entstehen, weil es eben nicht mehr die normale Planung ist und hier würde zwar ein Fenster empfallen, das wird aber nicht wirklich zu Buche schlagen, die Gutschrift ist nie so groß wie die zusätzliche Berechnung für etwas. Also wenn ihr ein Fenster rausnehmt, kriegt ihr eine Gutschrift von 200 Euro, wenn ihr ein Fenster hinzuhaben möchtet, kostet das 1000 Euro, so rechnen die Baufirmen. Ist auch unabhängig von Fertigbauweise oder Massivbauweise, sondern das ist einfach so. Genau. Also wenn man erstmal Standardgrundrisse anschaut, die halt nach einer gewissen Effizienz für die Firma geplant sind. Genau. Und nicht auf die Interessen der Bauherren. Genau. So, dann springen wir mal in das Obergeschoss und auch hier sehen wir eine kompakte Aufteilung, Kinderzimmer, die jetzt nicht ganz gleich groß sind, aber... Ich finde erstmal schön, diese Aufteilung, die man gemacht hat. Man hat also zwei Bereiche, einen linken und einen rechten Bereich und auch hier wieder, das ist wieder was, was jetzt ein klassischer Kataloghausplaner, auf die würde der wahrscheinlich nicht kommen, sondern hier ist der Architekt hingegangen und hat die mittlere Wand, die eigentlich unter der gestrichenen Linie sein müsste, wo also der First oben herläuft, hat er diese komplett eingerückt und einfach die Zimmer, die ein bisschen wichtiger sind, in dem Fall auf der rechten Seite das Badezimmer, um denen ein bisschen mehr Platz zu geben, damit eben auch die beiden Kinder als auch die Eltern im Badezimmer genügend Platz haben, wenn man vielleicht mal schnell nach Gang oder zusammen da rein müsste. Genau, weil das Badezimmer schon relativ groß dafür, hätte man jetzt sicherlich auch hier noch um einen halben Meter oder einen Meter schieben können, damit das Schlafzimmer dann ein bisschen größer wird, war aber jetzt wahrscheinlich der explizite Wunsch der Bauherrn, hier einfach ein bisschen mehr Platz zu haben. Das ist ja auch dann völlig legitim, dafür dann das Schlafzimmer etwas kleiner und da sieht man halt wieder, man kann halt nicht alles haben, aber man kann haben, was man will, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein schönes, großes Bad und das Schlafzimmer ist mir eigentlich nicht so wichtig. Genau, wobei man dann trotzdem genug Luft im Schlafzimmer hätte, weil die Ankleide mit angegliedert ist. Hier haben die Bauherrn erstmal auf eine Tür verzichtet und dadurch kommen hier nochmal neun Quadratmeter hinzu. Also es ist auch nicht so, dass der Sauerstoff nachts um zwei Uhr dann aufgebraucht ist und man dann vielleicht mit einem dicken Kopf am Morgen aufwacht, wobei das sowieso nicht gegeben wäre, weil auch hier wieder smarterweise der Architekt die Fenster über Eck verglast hat. Das heißt, man könnte auch da beide Fenster auf Kipp stellen, dass mal ein gewisser Luftzug mal da ist, gerade im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer sein sollte. Genau, aber auch mit der Ankleide auch hier wieder die Lösung, dass man über die Ankleide rein und raus geht, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und die Kinderzimmer, wie gesagt, auch schön mit zwei Fenstern jeweils, kann man gut stellen, wie man es möchte. Also ist eigentlich eine praktische und gute Lösung. Absolut, ja. Gut, dann haben wir noch einen kleinen Abstellraum, finde ich auch ganz praktisch. Ja, sollte man eigentlich immer haben. Also ich habe schon ganz viele Hausübergaben mitgehabt und das ist auch der Raum, der als erstes vollgestellt wird, wenn die Leute noch gar nicht richtig eingezogen sind, schon für wichtige Sachen, die man vielleicht ganz am Anfang braucht. Und wenn man den mal hatte im Dachgeschoss, will man den nicht vermissen. Das ist so. Das ist so. Genau, dann sehen wir jetzt hier nochmal auch eine schöne Visualisierung nochmal. Ist dann auch schön, wenn man hier natürlich, kann man jetzt wieder komplett weiß halten, kann man in anderen Farben, hier, das könnte man jetzt noch in Holz verschalen oder mit Zementfaserplatten verkleiden oder was einem auch immer gefällt. Aber ich glaube, es würde immer gut aussehen. Absolut, ja. Auch hier nochmal dann mit der Gartenansicht ist schön. Also einfach gut gelöst und wie du schon gesagt hast, man hat hier zwei Fassadenfarben genommen, kann dadurch ein bisschen spielen und sieht jetzt nicht zu monoton aus, sondern man hat gewisse Akzente gesetzt und muss jetzt keinen kompletten weißen Klotz oder einen grauen Klotz da einfach hinsetzen, sondern es ist einfach ganz viel Spiel mit drin. Also man sieht auch die Lichtbänder, die er gemacht hat, dass die Fenster und die Farben miteinander verbunden sind. Also mega gut nachgedacht und umgesetzt. Ja, es wirkt einfach stimmig von außen. Könnte man, wie gesagt, jetzt je nachdem, wie man jetzt den eigenen Geschmack hat hier, ob jetzt hier eine Holzverschalung als Highlight noch dazwischen ist oder eben einfach so ein Anstrich, hat ja am Ende dann auch wieder was mit dem Geld zu tun. Hier sieht man dann nochmal dieses auskragende Sitzfenster. Ja, was mir auch gut gefällt, auch das sieht man wieder, was kein Kataloghaus abbilden kann oder wenn man es vielleicht auch selber irgendwie an so einem billigen 3D-Planer mal probieren sollte, weil man da sein Raumprogramm eingibt. Man sieht jetzt hier auch mal den Schattenwurf, also wenn man dann zum Beispiel seinen Garten später dann mal bepflanzen möchte oder der Nachbar hat vielleicht schon Pflanzen, dann kann man das hier mit einpflegen und sieht direkt im Plan schon, okay, habe ich da Tageslicht, ja oder nein, kann ich in der Küche zum Beispiel morgens am Fenster sitzen und habe meine Frühstückssonne auf der Ostseite oder wenn euch das wichtig wäre, könnt ihr dem Architekten sagen, plan bitte so, dass ich die Sonne mitnehme. Ich möchte morgens im Osten frühstücken und wenn ich abends nach Hause komme, will ich im Westen sitzen und will da mal ein Feierabendbierchen trinken oder ein Glas Wein und das sind lauter Dinge und Vorgaben, die man dem Architekten macht oder die er euch sowieso fragen wird, weil er weiß, dass das den meisten Bauern wichtig ist, auch wenn sie erstmal nicht explizit danach fragen, sondern er hat ein Auge für und kann euch so dann ganz genau aufzeigen, wie werdet ihr euch später in eurem Haus wohlfühlen. Ist auch wieder das Thema, ich kann gar nicht fragen, was ich nicht weiß, aber auch da kann ein Architekt halt wieder helfen, weil er es ja schon sehr, sehr oft gemacht hat und weiß, was ja Bauherrn an sich erstmal wichtig ist. Ich finde noch einen wichtigen Punkt, der jetzt nichts mit der Architektur an sich zu tun hat, wobei er auch mit der Planung zu tun hat, wir haben hier eine doch relativ lange Einfahrt dann am Ende des Tages ist und hier oftmals ist es ja so, dass die Außenanlagen als der Puffer herhalten. Also man sagt, okay, ich plane 30.000 Euro für Außenanlagen, höchstwahrscheinlich werde ich das aber für was anderes brauchen, was ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe exakt. Und das ist dann gerade bei so einer Planung nicht so gut, sondern diese Pflasterarbeiten hier sollte man auf jeden Fall machen, weil es einfach natürlich einmal, wenn es fertig ist, ist es fertig, das ist ganz gut und es fühlt sich halt sonst einfach bis ihr es gemacht habt an, als würdet ihr auf einer Baustelle wohnen. Absolut. Deswegen würde ich hier nicht das, okay, ich nehme die Außenanlagen als Puffer-Variante nehmen, sondern das hier, die Pflasterarbeiten wirklich fest einplanen, damit das halt wirklich vom Wohngefühl dann auch ab dem Einzug dann gut ist und nicht erst, wenn ihr sagt, fünf Jahre später mache ich das dann. Genau, man sollte das als Gesetz sehen, wenn man sagt, man möchte bei den Außenanlagen ein bisschen sparen, dann sehe ich das eher auf der Gartenseite, man muss ja vielleicht nicht gleich den Baum kaufen, der schon zwei oder drei Meter groß ist, dann wartet man ein, zwei Jahre, dass der vielleicht ein bisschen nachwächst und dann ist der eben nur einen Meter groß, wenn er ihn einpflanzt. Man könnte überlegen, anstatt einen Rollrasen vielleicht auch den Rahmen auszusehen, dann brauchen wir ein bisschen Geduld, bis es dann eben soweit ist. Also das wären dann eher Möglichkeiten und ich würde dazu 100 Prozent folgen, vorne die Einfahrt würde ich in diesem Fall auf jeden Fall pflastern lassen. Genau. Und dann vielleicht auch Terrasse dann später oder wie auch immer das dann ist, aber hier vorne Seite, das ist halt einfach auch was ihr benutzt und was immer gebraucht wird. Genau. Und ihr könnt, wenn ihr noch nicht so sicher seid mit den Kosten, wir haben ja euch das jetzt mal vorgestellt, dass es auch Architektenhäuser für unter 500.000 Euro gibt, um einfach rauszufinden, bin ich auf dem richtigen Weg oder passt das alles oder wie sieht die Gesamtkalkulation für mich aus, könnt ihr gerne entweder hier auf a-better-place.de mal im Shop vorbeischauen, da gibt es für 9,90 Euro die Gesamtbaukostenübersicht gemünzt auf Architektenhäuser oder wenn ihr schon wisst, es soll ein Fertighaus werden, aber frei geplant von einem Architekten findet ihr diese Liste auch zum Kaufen auf dem Shop von fertighausexperte.com als auch für die, die sich eher für Massivhäuser interessieren auf www.hausbauexperte.net auch da im Shop haben wir es super günstig für 9,90 Euro euch eine komplette Liste mal aufgegliedert oder aufgeführt mit allen Positionen, die euch beim Hausbau treffen können und zwar mit wirklich fast allen. Also es kommt immer noch mal irgendwo was anderes wäre eine Kleinigkeit, aber das sind über 100 Positionen. Genau, wo alles aufgeklärt ist, damit ihr wirklich schon vorseht, wo geht die Reise hin und was kann ich meinem Architekten erzählen, wie viel er für mich verplanen darf. Genau, und wir haben da auch so ein bisschen schon Sparpotenzial mit aufgeschrieben und sowas, also wirklich eine gute Sache, wo ihr so einen sehr guten ersten Überblick bekommt. Ja, das waren Teil 2 Teil 2 der Architektenhäuser unter 500.000 Euro natürlich immer das Haus an sich gerechnet, dann sowas wie Keller und so, das kommt dann nochmal extra, aber das muss man dann als Gesamtprojekt einfach planen und ich glaube, man sieht wirklich, ein Architektenhaus muss nicht eine Million Euro kosten, sondern es ist wirklich möglich, auch in einem kompakten Baukörper zu wirklich guten Preisen da was Schönes zu machen, was sich dann gut anfühlt und was den Platzbedarf und auch das, was halt im Leben dann wichtig ist, wirklich abdeckt und ja, wenn ihr da Kommentare dazu habt, dann schreibt uns gerne, wenn ihr es ein bisschen privater mögt, dann gerne auch an fertighausexperte.com schrägstrich Kontakt, wenn ihr da Fragen zu eurem Vorhaben habt, egal in welcher Phase ihr gerade seid, wir können immer gerne versuchen, euch da zu helfen und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.